ja noch die Leute was geht da muss man am Start und ja heute mal wieder mit kleinen Prozent der Siegerts Playlist Topolka und dann und da so in der Nähe bei Elektro ja und Prozent mit dabei ist der Benni der hier gerade vor mir sitzt und der Sandro, Sandro der macht und dann kam Moral und holt uns gleich ab und wir haben gerade die Ziegel gekocht ein bisschen Döner gemacht hier um ja und vor allem vollen Facht und zu ziehen die Schülern Lagerfeuer und entspannen uns bis der Sandro ist mal den Krieg in der Schandtaal also auch noch einen muss noch meine Leiche schnell und dann kommen die Schmieds wir essen zu uns Tos zu trinken aber das hat schon noch sind sehr schön oder ja ich habe eine Kohlkapps die es doch erreichen alle und zwei Soda Crepe ähm bist du bereit für den Tod Benni bist du bereit für den Tod okay eine Antwort ist auch eine Antwort ne okay tschüss Benni ja da sitzt du altiment Benni was killed nein wenn dann mach ich das mit den Gesetzen mehr als an die Werke mehr als an die Werke meines 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 wenn die Skull bürgten Pro um um blut ja kommst du bald mal hier lang Mäuschen Ich rüste mich erstmal aus, also mach mal einen ganz entspannten hier. Ich rüste mich. Was hast du gesagt, die MK12 SPR, 400 Meter genau, ne? Äh, ja, die hat 400 Meter Autosieren. Wenn du halt unter 4 oder 1 Meter schießt, dann ist das halt ein bisschen doof, weil du eine mal höher erzieht wirst. Na klar, ich überleg gerade, ich nehme lieber die SVD Camo noch als Rucksack. Nimm lieber die MK12, nimm lieber die MK12, die SVD Camos durch. Nur weil du die haben willst. Ne, die ist wirklich behindert. Ne, ich mag die durch die Feuerrad, aber so, na gut, ich mag das wie sie überhaupt nie, deswegen hau ich sie jetzt doch raus. Ähm, dann nehme ich mir jetzt auch die MK12 noch in den Rucksack. Und dann, oder? Nehmen wir eine M16, ähm, ACOG ist viel besser. Die hat 200 Meter Mittelpunkt. Ähm. Und Sandro? Ja. Dann kannst du mal die Munition für die SVD mitnehmen. Ui. Na, ich nehme das auch sowieso mit. Dann ist gut. Hast du eine AK? Machst du ja AKM. Achso AKM. Hättest du nämlich AK-Magazine? Gut, ich habe auch noch zwei mit. Hey Benni, bist du bereit für deinen Tod, Benni? Mhm. I'm on the way. So, ähm. Sag tschüss, Benni. Tschüss. Willst du wirklich sterben? Ein. Was macht der? Kannst du an den Eiern? Ja, ja. Oh, Benni hat aber eine schöne Nase. Oh, jetzt steht er auf. Wir verbissen dich. Er zremdbar weg. Er zremdbar weg. Da bist du, Benni. Nee, Benni erschießen wir nicht, weil über die, wie gesagt, Liebes, hast du gerade den Schuss gehört? Nee. War das ein Schuss? Nee, oder was? Nee, oder was? Nee, oder was? Nee, das war also wahrscheinlich das Feuer. Na gut, dass man das Feuer nicht auf Empfehlung sieht, ne? Ja. So, jetzt warten wir halt erstmal ein Bestell. Dings da ist. Bequem. Ja, ja, da fühle ich einen Pfeiler, Alter. Wie jetzt gerade auszahlen. Das will ich jetzt auch mal machen. Ja, ja. Ja, ja, ne? Hui. nicht zu bedauern ist auf uns wasser Euro noch ein Schnellmann machen der Elektrorein oder so muss den Verkommens vom Verkommenspunkt er von oben und nach der Stunde Armin Lernwürdig für Meter brauchst du noch so die Schnee ich habe nämlich erst die ab beim Nachhinein 800 Meter und dann nur ganz künstlich du bist ein Ding für den Julien oder so dort war schon nennen soll hier auf dem Damm warten und die raus mit dem ja wir warten ja hier auf dem Damm das ist auch ganz witzig das ist ja auch kaum eine ist so ist weil alle engen Gammel in Elektro- und wir können nicht schütteln was so oder was ist ein paar Worte aus dem Stichel und nicht durch Verarschen nicht nur Herr Körle schon zum Leben das ist es ist es ist ein Fisch und die Tumpe Masse geht man ja auch die Genswaffe rein und legt euch hin das ist doch nicht weiß was da passiert er macht man sich nicht mehr wir müssen wird tot nein bist du nicht wenn die ganz tief ins Wasserholz und bist du tot ich bin nicht ihr habt ihr probier mal aus ich hab's bei Origins gemacht weil ich sterben wollte weil meine Beine gebrochen ich hab' ich hab' ich hab's doch gesagt halt komm da raus ich hab' nur eine schöne Flugrolle vom, äh, Dings runter ich wollte das gerade auch du darfst ja auch nicht ins Wasser springen du darfst ja auch nicht ins Wasser reinlaufen du mal, du mal die Zombies töten das ist doch klar, du kannst nicht in den Wasser springen, das bricht ja alles oder? von hier geht das nicht ey cool, ich lauf' unter Wasser grad rum ey lol okay, jetzt bin ich wieder oben, schade ich kann die Zombies nicht töten, weil die Stange hier im Weg ist, Alter mach mal nicht hallo, Junge, was ist denn das für eine Kackstange, Alter warte und ich halt immer die Zombies rumbleiben bist du auch so, Bob, Alter, wie das grad aussieht ich hab' noch 1,5 Kilometer hast du's aufgenommen? jaaa muss ich mich mal angucken so oh, da ist ein Zombie noch 1,3 Kilometer ja, wieso verrecken denn ich? oh, dankeschön da bist du ja, alter ja, wieso? es bringt da rein, Alter bist du auch ein Bob, Alter oh, alter ja, ja unser Benni der Taucher hat der kleinen Tauchgang wenigstens Spaß gemacht warte, sollen wir eine Jericam für dich mitnehmen wie viel Platz ein Jericam, drei ne ich hab auch zwei Moral ja, zur Sicherheit Moral, der frisst schon ganz schön viel das mach aber bitte nicht noch hast du dir schon Blut gegeben? ja, bin da ich hab 6600 Jo, ah, der fährt einer den schießend Manschel raus so, 3,2,1 und jetzt sind tot das, was? 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 so, ich hab gewonnen wir haben was geht ein eigenes Ziel sein aber was muss man die Leute erschießen die zuerst auf mich schießen und diesen Meisterball passiert ich will nur das Blattbeck aus und aber torscht aus dem Ende des Kindes dabei wir haben die deutsche Besitzung Netto was soll keine Munitioner so gewachsen sind es sei auch nicht oft nur aber die Munition sind es sollte wir sind wohl die Kinder bei der Verkaufnahme wer sitzt jetzt eigentlich vor und die haben geht immer in die innanzüchte Guttmann nach links ja ich weiß um Null gut Jakob nach vorne Junge Krupp nach vorne ich bin Prozent ich bin sogar bei ihnen für die Akubi war er vorliegen so Weltkrieg er ist in der Suche ich sehe nur die Beine und sind sie wieder aber wir müssen Prozent Prozent nicht vergessen das Fahrzeug zu sehen dann werden auch sein das Wort werden zu packen Bologen er ist aber jetzt überhaupt machen Sandro Blatt stehen mit die 30 Stück in der dieser Bühne zwei Bänden die Jahre ich hab auch zwei Bänden Kills von gestern ja genau vor Ort weiter ich verarschen wo Rutsch B-Schuss und C-Schuss um ja ich habe ich habe mir wurden bei mir stehen sogar noch zwei Bandit Kills hier und ich bin glaube ich hier er bei mir ist es sehr verbunden wenn ihr umtreten mich doch mit dem was du hast da hat er hat sich als Netznehmer er kommt auch zurück ich dachte ich wollte schon sagen alle erschießen auf uns ist nur ausgestiegen wenn wir das ist was trinken musste herr und in der Fahrt wenn ich habe gesagt von droht andere ich habe ich mir das ist das trinken nachdem er ist das ist der dritte Pfarrer er ist der dritte Pfarrer gefahren ich glaube jetzt müssen sagen wo ich schießt das glaube ich auch das sind wir so und so sagen brauchsteigen und so und mit so groß kürzungen da ein paar andere schießen nicht aufliegen Danke, Sandra. Hey, was war was tun? Weißt du, was er geschrieben hat? Lass uns mal auf den Schießen sagen, dass wir weit weg sind. Also vorbei. Ja, wobei schießen? Aha, du musst ja auch wieder alles sagen. Ja, sowas macht man aber nicht mit Team-Mate, Sandro! Mann! Er hat auch auf uns geschossen. Naja, das war Notwehr. Benni darf das auch. Du bist unser Schaffer, du musst unser Hausklave hier. Du musst uns hier rumfahren, du hast egal, du hast keine Rechte hier. Fahrt ich jetzt ins Wasser. Ey, Sandro fick dich! Ich hätt' dich geschlagen, Alter. Was? Alter, ich war jetzt fast über den Drüber. Daaaah, also du hast... Ich kling auf. Huch! Gleidleis so als Landing. Ja... 훈h, das ist... Ah, Benis, Feser, ranzoom... Benis, feser, ranzoom... Häu! ... clean up! Warte! 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 Das werden wir verlieren! Ja, wirâ... sei es ist der das ist der Partie Ural so und es gibt es gibt es gibt Prozent er aufzuten heißt jetzt das wird noch um das nicht mal kurz raus mehr ich will sie erschießen bekannt Köln Nr ist die Bühne das ist die Bühne worden sind wir jetzt und weil wir sind in der Regel der Stahl ein paar Kost Weltweiser bei die Böschung erlernen Euro und die Flüchtlinge Supermarkt ich glaube es ist das ist ein Buch Nostalien mit Sankt-Gemann hinsprochen und wenn da ist aber auch nur wie so wo das da ist so was bei mir kennt wenn man dann auch keine Ausformung wir wollen zu lieben und zu Jobe es sind ja aber ich glaube um den Dienstag nicht rein ich darf da rein ich bin Euro älteste mal wenn man ich bin Euro ich habe 2.500 und mehr die Ziele er ist dabei aber so viel abfügt und die 100.000 das so jahre als erweichen gestern war ich bändet da habe ich ja ein Prozent ganz zog es erst ist ein Kiel für die Supermarkt waren in einer anderen habe ich hier dann habe ich die Welt die bekommen da war ich wieder nur mal so weiter dann haben wir noch zwei Wettbewerbs die Kilder Mann war es war ich immer bei 2.000 nun ist man auch nicht sein ich mache es einfach mal so wirken und die haben denn jetzt im Endeffekt haben wir noch einmal an die Europäer ist immer dann wieder das sind wir uns gelbungen ist für uns und ja ich ich bin die Bündnis ich auch nur noch ein bisschen schüttel ich habe es nicht nötig ich habe und zumindest wenn da sind von dem Film für die hier gehen um I'm call me day you call me baby disease song call me daisy-da I'll I'll see you looting install on my you in my way that situation zombies at the fire station this is the solution well I don't know what's happening no quest on out it is good fun of all the least we need to know if you need to know if you need to know if you need to know no but that's all we should be and that's the best is this is a moment that's going to be was not a matter I'm going to have a great job but I need to know when you're such a member I'm this was good Prozent die Entfernung er nahe wurde Morgz von er und mit dem Mann davon was soll das war dann irgendwo bei es ist er wieder ein Anruf auch bei den Korps so ich weiterfahren ja und das stört nicht der Brust noch nicht Prozent er der Doppelwitz ist in der Mitte wenn ich die Träume sieht die Bekirche wir gehen das hat nun meinetwegen ist mir auch gut Wollt wir wollen dass da die Sprache und Prozent 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 der Geräte und die Erlösung sie laufen und sie sind diese Uhr es ist ein Pädoblick das war noch ein Auto Wörter oder hat man halt man halt an halt an halt an halt halt doch mal an ich stehe doch schon so gut die lange gebraucht bis zu gestoßen wir sind irgendwie nicht so geil aus die Strichung so oft mit dem Leben ein 4 Uhr erholt erbaut erbaut M4 3 M4 1 Sitzio mit 8 Magazin und dann 24 hat der Moniton dafür Prozent für die M4 1 Prozent CCO schon 8 Stammagazin mit uns die Urteilung und Gros auch Scheiße hinter uns Zombies kannst du mir kurz weghalten die Zombies dann steh'n leider nicht so ja genau da hinten so mich einfach wieder mich verarschen und I would walk five fangen würden du musst ja kurz weghalten weil ich geh'n nicht so da rauf ach komm Bruder Luf so dass man heute ein Gedanke drunter Badgut ich muss ich muss kurz engagieren dort noch alles aber die jetzt gut die Entgänze zu tun ja ich bau dir das Glas mal aus wir können hier alles gebrochen und nicht alles alles wiederverwertet die M24 im Aufmacht auch mit so so jetzt aber bitte nicht nach hinten fahre ich bin vorhanden nicht einfach komplett kommen wie viel braucht sie mit dem Part 6 so eine ganz kleine Zombieherde kommt jetzt und dann steig ich einfach ins Auto weil im Auto kann ich mich mal eingehen ey 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 fahr nicht weg ich fahr nicht weg ich wollte nur ein bisschen fahr nicht weg ja okay Prozent sowieso hast du den Akkern darin getan Nimm die Mischke an welcher andere Lunde Nimm die Witz der Platz und ja Jürgen wir sind wir nehmen jetzt alles mit die Korn benötigt so viele Waffen ja trotzdem nehmen alles mit was macht ihr jetzt wir haben ja auch immer vor dem Mitgliedern also ein 430 und in 420 die er will er empfiehnt und sieben du kannst das jetzt ein bisschen Ludwig auch da bist du ja nicht er war jetzt an drei was sie trägt das werden Taxifahrer wieder an der uns nur die Hälfte in den Spenden doch auch nicht mehr wir wollen wir ja kein Nitzig mit das wird wohl noch für den Kostbogen und wenn die kommt die Hälfte ist nicht los ich bin schon möglich zu tun da hinten wird hinzu vorhin nicht Prozent hinten auf welchen auch bei uns und nun war 8 bis zur 1 gleich die Stelle und so wollen wir hier auch kurz schon reinguckt Nö wir fahren zu werden an die lange Zeit und zwei Maler aber weiß immer immer wenn er nach an die Kurier weil wenn die Bälle ist wenn die Bälle die Bälle jetzt kräftig oft aber wenn die Mal treffen die Brot ist tot er ist zu tun das Haus ist mir auch schon die Kälte der Erschnitts der Wunsch und die Kräfte der Kirche wohl im allen Ort aus dem Wasser lassen lassen was man uns mal kurz aber das ist es doch das ist für mich bei der Spaß nach wobei ein Bauern zu losgesporen perfekt wenn es uns gehen ist dann ist es meine wir müssen ab und woher und die eine Art Schätze einer Töchter schießt ein Erschichter der Schichter in der Halle ist am Ort ein 8 auf der Kurschicht der Bar mal ein Leben der Erinnerung an der Bussersatz was war ein das war ein Netz wo sie es ist er war 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 in der dritten vorhanden und wird ein ich bin noch nicht er der reingel oder was wir haben uns gegen kreuz geht ein das ist heute nicht nach hinten waren war 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 ich bin aber auch ich weiß es war einfach nur vorhanden und dann vor allem vor allerdings vor allem vor allem es war es die Schüsse aus Waldseite oder wer hat wusste einer schon und da wusste er hat einen richtigen Stil und dann wartet zu werden und dann steig aus weil ich es nicht gibt für das Leben aber ich nehme meine Sniper jetzt meinen ein ja es war der Worte ich meine ich bin und nun schon in die Idee ist für die nicht er kann man den Platz für es hier stehen werden kann es ist ein Blatt gegeben der hat ja auch in dieser vier ja um Warte warte ich auch nicht die Warte ja mir kann es auch ausgeben und sie gibt ja auch was welches ich gebten oder noch zu schauen ich mache schon so ein Ding ähm ich gehe das Stilber werden das war so scheiße knapp! Auf einem Gebombombenbomb! Alle rein! Alle rein! Ich hab' mir erst mal über Blut abgezogen! Anderser Schürz! Lass mal ne Runde spotten! Gucken, wo der ist! Nein! Ich spotte jetzt nicht rum! Kein! Kein! Sniper hier! Der hat Wetten! Gilly! Und hat übelst du geilen Posten, wo du ihn kaum siehst, bestimmt so, komm doch, komm doch! Irgendwo im Busch wo du... Was denn? Wunder wurde in Waffenlauf zu sie ist Alter und ich falle die Gäste vor die Sicht aber Sandro steigt jetzt ein paar Besitzungser schießt sich ist dann diese Schwierigkeiten der Fall über Fall über Fall über die Werbung ist der der Kostellansatz Runds da kann es keine Faxen ach kommt das Bluten das Ding die Schlüge der Welt wird da ist er da ist nur da ist nur ein Skimm-Wetken oder nicht hat dann eine Idee und ist ein Neiderlaken der DDR ich will sagen wir und ich weiß ja hat so ein Fahrzeug das Wort zurück was hat das Ding erhält Wiener wahrscheinlich oder ein 40er 3 oder beides das ist ja bei uns gesehen hat direkt neben Klöten ich muss sagen ich Partie nur bei mir ist auch eher aus dem Weg er macht das er ist der Mannschaft was geht wird oder es geht wenn man schon nur einen Prozent ist so ein weiteres Leben der Film und das GmbH die Pellet sich alle Toten denn in Sandro Luden möchte jetzt ein der stelle doch wenn es alle weg die liegen auf dem Boden oder die meisten ja vielleicht läuft irgendwo noch einer rum wenn der mal mitgucken der Kunde muss da irgendwo hier in der Nähe sein soll nie so schwierig sein auch dann nie so schwierig sein also Mut zu finden ja doch ich glaube da sitzt einer der das ist ein komponierender Barak da steht weil ich bin gerade in einem Barak bei denen geschossen er ist so nicht und wenn man was machen erinnert weil es war der Kunde und schlechter Schütze muss ich sagen er hat mir nicht viel Blut abgezogen der altbisch ist der hat mich nicht getroffen opo obwohl ich an den bingst und ich habe ich habe ich habe das Schluss ist geschossen ist genau neben mir eingeschossen also naja bei der Ausbildung und Stuttgart ist ein Mungor aus um für eine 3 PS so schuliert nur mit der Bedeutung ich war überträgt noch mehr zu wissen was du hast du hast du er ja ich bin ich bin da der Moral ist die Schwestern so wohl nicht nach hinten fahren er ist die Schöne kann man sich ihren Hohen bei den Becken um und dann meint er für mich immer helfen hat er nicht mehr in den Sankt der Sorte nehmen neue neue Auslösung wir haben entschieden von der nächsten Abwehr der Bedeutung der Wettbewerb oder Treibern und da rein bei mir ich komme es auch ins Bende Kreml Mo Moe schießt sicherlich schießt sicherlich schießt sich schon zu viel zum Beispiel mit den Türen mehr und mal gestritten und erzielen ich mache auch immer gerne so Pistol Action mit dem Baracken drinnen und immer so 10 Magazine für die Dings oder ganz viel Magazine für die G17 hat dann machen es war aber auch voll Pistol Action mein Gott alter Schiff von mich über mir meine Sohn da kommt du auch noch kommt Kopfschmerz auch ich komme das gleiche Lange also bitte nicht auf mich schießen wie ihre ihre vom Vorteil so im Ort auch nur ganz leicht vom Vorteil als eine kann man gerade um ihn übersteigt wieder gucken also eine M240 Scope mit einem Mac liegt da um die liegt auch noch 11 85 A2 holo die ist auch ganz selten finde Rpk mit 2 Rpk Magazin haben auch um Dings habe ich einen reingelegten Verstück Rpk das muss man gleich und das aufbauen Alter das ist sie wie im Schala von Schlag auf dem Entwurf ich bräuchte erst mal Dings ein 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 Brick das für die Schaledor und die ihr durch dort dort da er wird »Hatsch ist schöner gehört« »Bau Gott« »Du musst ja kurz ein bisschen weggehen, dann« »Weil doch kann ich meinen Backpack nicht« »Bin ja schon weg« »Nein, du musst doch fünf Meter weg sein« »Bin ja schon fünf Meter weg« »Geh ich immer aus der Baracke raus« Führung zugleich die Zierungen und was uns mal hier vorbeigeht und jetzt geht's ja du hast sie ja ordentlich Prozent wenn man kann man kann sagen du hast hier ordentlich leutige Prozent gekült Führung mussten Buch aber ganz ehrlich ich glaube der Konrad und sowas wie eine M16 in der Art Eugenie oder so was mehr da hat denn mit dem Meer also vergessen wenn ich mit dem Schuss irgendwo 4.000 der Mensch kriegt aber natürlich getroffen hat er nicht getroffen da hat er mich getroffen zumal aber die er hat hat ihn mit dem r-magazine dabei nö aber mit die die ich wollte die dings holen was willst du holen die landet glaub ich ja man kann doch konvertieren man kann die m24 schmeckt und in dem r-max da haben wir doch sechs stück das ist gut wieso hast du ne mr oder was nein ich hab ne m14 aim na dies scheiße die sind nicht scheiße die erneinig es ist ne miet Delta Ruffelkopter jetzt chillen Delta Ruffelkopter ich steuere dann weg wenn er lootet ok ja ja mach 400 Meter Serien und jetzt geht's los um um und ich habe nur zu viel geiler es ist das nicht statt ich glaube auch auf die Idee es ist der Typ auch schon gekommen der Schlagte mit der Smeidung aber auch in der Fall und da der Englisch ist Nummer 1 Treffer ja und er hat sich ein Gilly-Kunde hingelegt ein aber ein Jahr mach ihn oder er ja absehenden hat sie beide die machen wir uns in den letzten Jahren so war auch passt auch auf die Welt kommt jetzt ja an der andere das ist der andere Schmuck oder und das hat man es in der Ecke Loll wieso fliegt die Mie weg bei der Name ich habe noch einmal noch mit Bad Warnock für scheinbar irgendwie keine Ahnung egal wer hat gekriegt ich habe nur zwei gesehen gehabt und das war der Hund der uns von uns besnippt hat ja oder so nein egal um und ich will jetzt zu essen und so alles haben oder oder das ist so geil das ist ja wie wie im Schlafenland genau das ist auch hier sind tausend sein die Hälfte ich habe durch Runde noch die EPK oder was das wurde ein 240 und dann glaube ich verstehe das Geld die Hälfte hat nicht gedacht ich sehe nicht die alte Störte hin ließ zu aber das ist doch kein Gras ist wir sind hier wie viel über die erste jetzt was aber also haben die Bändel jetzt nachdem das war in Bändel kann man der Antwerp scheinbar so weiter denn in den Weg weil er wendet da also ich habe es nicht mehr so dass wir mit dem Punkt im Angeti müssen wir haben kann man mehr werden der kann man in die letzte Bank kommen mit der Mann kommt so nicht so gut halten ich meine ich will mich jetzt mal jemand absichern ich werde jetzt mal zum Crash gehen 9 im Moment nicht ich bin der Begründung sehen ja macht das wenn du stirbst es nicht so schlimm ein ich schieße er kommt zu müssen auch schon gerade gedacht da ist der Grunde aus dem hessischen Ziege er hat sich in die Ziege verwandt das ist auch in der Verhältnis das war irgendwas weißes was über die Lieblings und wir haben ja auch so wenn es gehen sein nur noch so und das wird schon noch wie gesagt ich möchte jetzt noch die beiden Kunden und dann bin ich erst mal wir haben wir tun jetzt alles in der Wahl verstecken wir noch schmied und zu ihr und dann war auch am Morgen schon wieder gekämpft der Doppelgruppe das ist es kann man sich so nennen das war auch nicht mehr aber auch die Kopp die Brunnerin oder die Brunnerin die Koppel von der Koppelgruppe der Rauwilgruppe auch an die Koppel um um und post muss damit die m4 von Schmerz in echt zum GmR-Magazin machen die Liga 4 4 aber lass doch die M24 ist besser man ich war die Entfernung von Schatten ja die BDM 14 das ist einmal nun Sturmgewehr bringt nichts nicht und wer das Ding hat nur Einzelfeuer ja ist aber ein Sturmgewehr wie gesagt oder normales normales Gewehr sagen wir so okay also der Sniper hatte bei sich eine M-40 A3 mit 4 M24 Max mit dem R-Mack direkt um in seinem Rucksack ist der MDR 1 CCOS nun alles mit alles mit alles in meinem Rucksack nicht kommt zu dir mit beiden Eltern aber hier sind es an dieses Bord nicht kommt zu dir erwarte ich muss und muss Nürnberg nicht nach hinten fahren halt halt an macht die Engine auf nicht nach hinten und das haben wir den Ball bitte hier ist der die Strecke einfach hinten rein und da die M4 da, die M4 A3 C2 brauchen wir nicht mehr, oder? Ja, dann geht einfach hinten rein. Warte, warte, warte. Ich sag dir, es sind nicht dünn. Jo, jetzt kannst du fahren. Walter, guck hier, wir müssen ihn. Ich muss gleich mal das Inventory angucken, Alter, was wir da alles drin haben. Da holen wir ihn, das ist halt eine gute, irgendwas. Keesing oder Deesing, wie das heißt, also hat das in Ordnung, was gerade über Deesing, oder Keesing, wie das heißt, was jetzt. Was denn? Ja, wenn du nur mit dem Auto und das Auto und wo ganz vornassend fährt. Deesing, ja, das ist Deesing, glaube ich. Dann lass mal gleich die Moral irgendwo hinverstecken und mit dem Verlierer und so ganz schön gearscht. War auf jeden Fall safe, nicht vergessen, mir ist es safe. Ja, ich kann jetzt nicht machen. Du kannst nicht sagen, wie das heißt, ich will, das ist halt nicht. Bedeutung hier, ich weiß nicht, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Was? 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 das ist mal die hier ist noch mal im neuen Szenen alles in Ordnung Alter Scheiß und wir haben jetzt auch den Armex drinnen hier den Armex hoch Ruf von Köln Neuern wenn darauf kommt was wieder tot er hat sie umgelegt nach der hat sie umgelegt da als ein Büro kriegt sollte doch noch was zu essen das ist die Ereignisse die Ereignisse Worte schafft Prozent er hat ein bisschen bei sich anzeigen vor Ort ja Schlüge noch freundlich haben wir auch noch nicht gefunden wie gestern dann schlöt sich nach Alter zieht euch das rein wie viel Standard-Max und so gut okay also ist halt jetzt jemand auch ein Zeigern neben der Waffe und die LockenАus das ist in den US-D Magazin um L du kommst aber jetzt auch wir verstecken den Oral und laugen uns da aus ach ich muss mich jetzt schon ausloggen ich muss wohl nicht scheiße ja die ganze Woche mehr erlöst alle kaltene kann nicht alle kaltene Prozent 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 der Unterricht und die Berleter wird hier kann ich mir in den Laufenthalter das hat aber andere muss bei uns geben ein paar Jahre hatte geworfen alle Galle auf drittet der Ego vor allem als er eher der einzige der so steht ist und er hat eine M24 kurz und schlossen kannst und ernten an den Rucksack da kommt um ihn zu meinen und ist das 6 Backpack da irgendwie rein oder so also ich nicht also nur die Maschine kommt so wie noch mit dem Bauch der Sd-Mex also starke es demnächst ja die so gut und hätte ich zu mir durchs Nürnberg nehmen noch um die Entschützer drei mit weil ich finde er wird sicher drei noch mal ein Stückchen besser als die allerdings als die in 24 20 das war nämlich alle m24 Magazin raus und geht aber ich bin ich habe nur drei und ich nehme auch einen Mg wieder an wo ist es kann man die rpk-magazine für die m 200 Prozent sich auch benutzen wirklich nie wir sind die ganzen Magazine musste und schon sagen ja so wird er hat diese Antibiotika für mich noch zwei Stück und mehr Blut hier wo noch ein bisschen dem das Bender kein Bluten aber auch noch was und das sind Naja eigentlich was uns haben wir eigentlich genug und zu mir und beschutzt zu essen hiermit und die Kröte zwischen den Menschen in der Welt und wenn die Städte ist ich gehe mal hier weg das Schild worden kann und da bei einem großen 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 Städten hier da unten er war gibt es Pepsie und Coke Zollenswahl und wenn sie im Gölk hier auch nimmt bei sie und die Geld gut also dann war schön mit euch zu spielen und auch ein nächstes mal mehr Euro aber das kommt auch ein nächster Kerl oder was wollen willst du noch konsumt kommen dass wir den Ural verstecken und das könnte machen und schicken einfach nachher 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 es bleibt dann die Prozene macht in der Höhe des Monats Euro Jürgen Herr Hosen die ganzen Blattdäcks sich hier reingetan hier sind es genannt die Ordnung Leute das war gleich noch mal kurz ins Krankenhaus und dann mit Dings Nürnberg und Urlaub abschneiden ja alle du du bleibst Moral gesteckt nehmen gern das Moral ich bin ich schon als krankenhaus und von weiter was bringt eine radio und das ich glaube man kann es funktionen oder so ist die röder reichen weil sie ein zweiter Typen hat das Radio gefunden das war mal eine geile Runde gehabt so muss man nicht tun es war so alle Bände zählen wir alle Toten sie sind ja jetzt kann ich will ja nie die Bandsbonat Riesda oder nicht von euch alle 20 Minuten nur 22 20 Minuten nachdem alle tot waren es wurden sie wieder neu ich bin gebildet nochmal drehen das ist ja so schön hier aus der Schlüssel von noch im Hochspiteln und bleiben immer möglichen was muss man im Auto bleiben weil wenn eine stirbt dann kann der doch schnell wegfahren wir haben das meiste Zeug halt in dem Auto drin Mönchung holen und von dem Auto drin wir sind glattelig ist die GmbH Morphium und das muss man tun was geschah mit diesem jungen nach seinem Scheren Helo es ist bei dir auch Prozent der die sich in Sammer der die Protokolle aus der seiner Abgeschwung an Anabschlöcher Stilzern der Begleitung in so einer Achserwerbung an der Abstand Stelle ist ein abgesprungen und dann war denn so Achsel ein paar weiter vor der Papier 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 du ich bin auch aufstehen ich gehe zu dem hin und töten nun wir brauchen als UL der ist der der heißt Prozent Sock 3 oder so 506 Meter gut durch eine 4 1 CCUSD ab das bringt mir wieder voll ja dann snipe den weg hast du das Sniper mein aber ich hab meine M14M die reicht mir ok dann find das gut wenn du dich fühlten das sind feuchtet er hat so geklappt hat kein Problem wenn ich habe die Hälfte noch gemacht wird so als er macht das ein oder andere auch nicht mehr viel aus und du musst und ganz viel links der Idee zum Ding wenn die Werner LRB jetzt Prozent sich verpistet ist so wie wir uns Nee, der wird zu Dings gehen. Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Die eine schlechte Sache, schau mal. Vielleicht tanken wir ein bisschen den Ural auf. Muss mal gucken, wo der lang gelaufen ist. Ich glaube, ich sehe ihn da vorne. Ja, Happen, Happen. War das ein Legends-Sieger oder was? Nee, das ist dieser Sock 3, dieser Jude. Nicht so eine Beleidigung. Okay, das ist Spendid, das ist Spendid. Ja, knall ihn ab, gib ihm Headshot. Warte, ich muss mal mal Pain-Kinder nehmen, ich bin grad ein bisschen zu... zu wackelig. Ich glaube, der hat ein Sturmgewehr. Ja, dann kann er den Nacken, ne? Oh, hast du das, was du, ne? Ja, weiß. Gut. Sock 3 tot. Bam! Sauber. Na shit, man. Ich hab gestern schon meine beiden Bandits gekillt. Von dem einen hab ich auch die M24. Von 3 ist er dort. Von 3 ist er dort. Von 3 ist er dort. Er hat schon schön schön im Graf wichtig. Der hat ein Coyote Backpack gehabt, nö. Ja, nimm das Coyote mit auf jeden Fall. Ne, ne, das war das verdient, das war nur, äh... Standard-Gee, also außer... Der Coyote Backpack. Der Coyote Backpack. Der Coyote Backpack hatte der nur so gesitzt und zeug dabei. Das war so. Und wo war die Helikosch zu tun? Jetzt fällt... Jetzt kommt der hier mal wieder mal wieder als gespielt, so der Pilotabwehr ist. Ich will mal hier bang! Ich brauche nochmal, Peinkiller. Peinkiller. Alles im Auto. Ich hab' hier mal geguckt, ob im Dings nach ihm was ist. Ihr stellt ein oder tu alles rein. Ich würd' mal interessieren, ob da noch immer was ist. Ich steck' auch mal aus. Weil er liegt noch Kier auf dem Boden, ja. Das ist auch noch ne Bandage, aber naja. Bandage besser als nichts, ne. Lass' mal den Ural jetzt mal gleich verstecken, also. Study Body. Sock... Labernet! Was? Was, was, was passiert? Das, das du zweimal nebeneinander hast, diese Sock-3-Typen. Äh, 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 zwei, die die gleiche an einmal. Ja. Mal der, dann der. Oh, GPS hat er. Das ist meins. Open Back Bay Coyote. Da hat er nichts drin. Was? Mit seinem Safe mit mal den Dings. Ja, lass ihn erst mal verstecken, weil hier auch mitten auf der Wiese stehen lassen ist auch nicht so besonders. Ich moge wohin? ja alle suchte mal was gut ist aus wo du denkst und durchschnittlich die Gründung in den Wald rein um ja keine Ahnung gehen wir können in den in den in den Wald genau vor uns gehen ja dann um ich muss uns versteckt unbedingt zeigen ja um also das war unsere kleine die sieben Runde mit kleiner Badeanlage Prozent ja und ich bedanke mich zu zuschauen wenn ihr sagt auch noch mal tschüss wiedersehen ja wieder sind auch wenn man Frau Dran